Klaus besuchte mal eine Domina und wollte, dass sie ihn fertig macht. Das Problem war nur, Klaus war erst acht. Sein Bruder hatte mal eine heftige Geschlechtskrankheit an seinem Schlauch. Das Problem war nur, Klaus hatte sie auch. Ja, Klaus, du bist der Auserwählte, angekackt und nur gequälte. Denk doch positiv und sei nicht dumm, Klaus bringt dich um. Ein Geldeintreiber hielt ihm ein Messer an den Hals, weil Klaus seine Schulden nicht beglich. Das Problem war nur, Klaus blieb stur. Ja, Klaus, du bist der Auserwählte, angekackt und nur gequälte. Denk doch positiv und sei nicht dumm, Klaus bringt dich um. In seiner Straße brannte es mal lichterlob. Alle schauten auf das brennende Haus, das Problem war nur, Klaus schaute raus. Ja, Klaus, du warst der Auserwählte, angekackt und nur gequälte. Gabst dir einen Ruck und warst nicht dumm, Klaus fiel um. Ja, Klaus, du bist der Auserwählte, angekackt und nur gequälte.